Radiant Photo, so heißt die neue Bildbearbeitungssoftware, die Elia Locardi vor ein paar Tagen auf den Markt gebracht hat. Und ich möchte sie mit euch heute gemeinsam mal anschauen. Viel Spaß! So sieht Radiant Photo aus. Das ist die Benutzeroberfläche und man kennt es eigentlich auch aus den anderen Bildbearbeitungsprogrammen. Man hat rechts und links irgendwie so seine Spalten, wo man auf der rechten Seite mehr so die Bildbearbeitung machen kann. Auf der linken Seite ist dann mehr so die Preset-Ecke und ja, im Endeffekt ist das ein sehr ähnlicher Aufbau. Wenn man jetzt hier mehrere Bilder reinlädt, dann hat man hier unten seinen Bilder-Stream quasi, wo man aus den verschiedenen Bildern dann auswählen kann. Und hier in der Mitte, hier kann ich jetzt die Fotos hereinziehen, um sie zu öffnen. Und jetzt erstmal was ganz Grundsätzliches, was Elia Locardi erzählt hat zu dieser Software. Diese Software ist, wie gesagt, dazu gedacht, dass man seine Bilder schnell und einfach optimiert, beziehungsweise erstmal in eine Balance bringt, um sie dann später noch besser bearbeiten zu können. Radiant Photo soll jetzt kein allumfassendes Bildbearbeitungsprogramm sein. Es soll nicht Lightroom ersetzen, sondern es soll quasi ja eine Erweiterung für Lightroom sein, wo man seine Bilder als erstes reinziehen kann, um das Ganze auszubalancieren und später dann die eigentliche Bildbearbeitung, so wie wir sie aus Lightroom kennen, draufzulegen. Das ist ein bisschen, ja, ein neuer Ansatz, wie ich finde. Und ich zeige dir jetzt auch gleich mal ein Beispiel, wo man das relativ gut sehen kann. Ich persönlich ziehe mir jetzt hier ein paar RAW-Dateien rein, beziehungsweise ich werde jetzt hier mal eine DNG-Datei reinziehen. Das ist nämlich ein Panorama, ein Vertikal-Panorama, was ich in Dubai gemacht habe. Und das ziehe ich jetzt hier einfach mal rüber. Ja, sieht man auch pano.dng. Jetzt lädt das hier kurz rein, dauert ein bisschen, weil das sind, glaube ich, fünf einzelne RAW-Dateien, die ich zu einem Panorama zusammengefügt habe. Jede RAW-Datei hat auch irgendwie, ja, 42 Megapixel oder 45. Irgendwie sowas in die Richtung. Von daher, ja, relativ groß. Brauche einen kurzen Moment zum Laden. Also das ist ja auch alles Echtzeit. Man sieht jetzt, wie es lädt. Kleine Information noch am Rande. Ich habe ein MacBook mit Intel-Chip. Also ich habe noch nicht so ein MacBook mit M1 oder M2-Chips drin. Bei denen geht das wahrscheinlich ein bisschen schneller. Ich habe noch die ältere Variante. Ich glaube, mein MacBook ist von 2018. So, und jetzt habe ich dieses Bild hier drin. Sieht doch erstmal schon ganz schick aus, oder? Und ich drücke jetzt einmal kurz die Leertaste, denn dann sieht man vorher-nachher. Denn an diesem Bild wurde jetzt schon eine ganze Menge automatisch gemacht. Ich drücke einmal die Leertaste. Das ist das Vorher-Bild. Das ist das Nachher-Bild, was Radiant Photo automatisch jetzt hier mit diesem Bild schon gemacht hat. Nur, weil ich es in das Programm reingezogen habe. Ganz wichtig auch an dieser Stelle. Natürlich wird nicht die eigentliche Datei direkt verändert, sondern da wird eine Maske draufgelegt. Und wenn man das Ganze dann wieder exportiert, dann wird es natürlich auch direkt in die Datei reingeschrieben. Aber jetzt erstmal natürlich so direkt nicht. Das sieht aber, muss ich sagen, schon richtig gut aus, was hier passiert ist. Was ist eigentlich passiert? Es wurde ein Smart-Preset angewendet. Und zwar hier in dem Fall Landschaft. Hier wurde erkannt, also hier gibt es eine Engine, die erkennt quasi den Inhalt des Bildes und wählt dann automatisch so ein Smart-Preset hier aus. Das sind erstmal so ganz allgemeine Smart-Presets, die es gibt. Man kann sich auch seine eigenen Presets erstellen. Man kann vor allem auch weitere Presets dann noch sich herunterladen, kaufen und so weiter. Das ist jetzt erstmal so der absolute Standard, der immer mit dabei ist, wenn man sich dieses Programm besorgt. So, und natürlich ist es jetzt erstmal so, Elia Lokadi hat gesagt, er wollte ein Programm schaffen, womit man ganz einfach seine Bilder reinziehen kann, um sie dann erstmal auszubalancieren. Da läuft nämlich im Hintergrund eine spezielle Engine und die heißt Perfectly Clear. Diese Engine wird tatsächlich dafür benutzt, um Bilder zu korrigieren, um sie für den Druck vorzubereiten. Und das soll bis zu 140 Millionen Bilder pro Tag sein, die diese Engine verarbeitet. Und dafür, dass diese Bilder dann quasi druckfertig gemacht werden, das ist die Aussage dahinter. Das heißt, dieses Programm soll wohl auch ein Stück weit dazu da sein, um seine Bilder für den Druck vorzubereiten und dort entsprechende Anpassungen zu machen. Ich muss jetzt selber dazu sagen, ich habe dieses Programm noch nicht lange, ich teste es gerade selber aus. Ich erzähle euch einfach nur, was ich bisher gehört habe, was ich bisher so erfahren habe. Im Endeffekt müsst ihr euch natürlich selber euer eigenes Bild machen. Aber das, was ich jetzt hier bisher gesehen habe, finde ich schon ziemlich cool. Und der Ansatz ist, wie gesagt, ein komplett neuer. Das heißt, es ist nicht einfach nur irgendein weiteres Bildbearbeitungsprogramm, sondern es hat einen komplett neuen Ansatz, der mal komplett umgedreht ist und den ich eigentlich so von der Logik her ziemlich cool finde. Ich habe jetzt hier oben einen Schnellmodus und einen Erweitertenmodus. In dem Schnellenmodus gibt es jetzt hier auf der rechten Seite so ein paar Regler, die ich noch einstellen kann. Hier gibt es intelligente Bearbeitung, einmal Intensität und einmal Farbe. Das sind so die zwei Hauptregler, um die es geht. Mit der Intensität, ich kann das jetzt hier mal zurückstellen, mit der Intensität wird quasi der Dynamikumfang, also die Helligkeiten des Bildes, ein bisschen noch angepasst. Die Schatten werden meistens ein bisschen aufgehellt, die Lichter werden ein bisschen abgedunkelt und so wird das ganze Bild ein bisschen mehr ausbalanciert. Das heißt, wenn ich den jetzt hier mal wirklich nach oben stelle, Intensität nach oben, dann wird das Ganze entsprechend ein bisschen ausbalanciert und trotzdem bekommt es mehr Kontrast. Und gleichzeitig wird aber darauf geachtet, und da habe ich noch extra nochmal nachgefragt, es wird tatsächlich darauf geachtet, dass die absoluten Highlights, also die Weißpunkte, die Schwarzpunkte, nicht betroffen sind davon. Also da wird nichts irgendwie deswegen ausbrennen oder absaufen in den Schatten. Und das finde ich schon ziemlich cool. Also da wird viel in den Mitteltönen vor allem gearbeitet. Und diesen Farbregler, den kann ich jetzt hier auch mal nach oben drehen. Der stand ja gerade eben auf 80. Und auch dort wird nochmal geguckt, da wird Pixel per Pixel so ein bisschen geguckt, wo müssen die Farben entsprechend noch ein bisschen angepasst werden, wo müssen sie ein bisschen intensiviert werden oder vielleicht auch ein bisschen zurückgenommen werden. Und wenn ich das jetzt hier nochmal im Vorher-Nachher machen, dann sieht man das relativ gut. Gerade hier diese Lichter unten auf der Straße und auch im Himmel, da wurde die Farbe nochmal ein bisschen angepasst. Aber ich möchte mal in den erweiterten Modus gehen. Hier haben wir das Ganze natürlich hier oben auch nochmal, aber wir haben hier noch ein paar mehr Paletten, ja, die ich auf und zu machen kann, wo man dann entsprechend hier auch noch mehr Einstellung treffen kann. Das erste ist hier mal die Farbtiefe. Und hier kann ich zum Beispiel noch die Belichtung einstellen, ich kann Superkontrast einstellen, ich kann eine Lichtstreuung einstellen, die Tiefe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auch noch nicht bei jedem Regler, den es jetzt hier gibt, so hundertprozentig durchgestiegen. Es gibt ein sehr umfangreiches Menü, beziehungsweise eine sehr umfangreiche Anleitung von Radiant, wo diese ganzen Regler auch nochmal erklärt werden. Und ich bin aber ein großer Freund davon, einfach selber mit diesen Reglern so ein bisschen rumzuspielen und zu gucken, was eigentlich passiert. Zum Beispiel jetzt mal Superkontrast, wenn ich den jetzt mal nach oben drehe, dann wirst du gleich sehen, dass natürlich mehr Kontrast reinkommt, ohne aber wieder, dass die Weiß- und die Schwarzpunkte hier entsprechend betroffen sind davon, sondern es passiert wirklich in den Mitteltönen, was ich sehr, sehr schön finde insgesamt. Insgesamt ist es aber natürlich jetzt hier ein bisschen zu doll, ich drehe es mal wieder ein kleines bisschen zurück, diesen Superkontrast. Aber das ist zum Beispiel so ein Regler, den ich persönlich sehr, sehr schön finde, weil der einfach genau das widerspiegelt, was ich eigentlich in meiner täglichen Bildbearbeitung immer brauche und benötige. Nur, dass es hier einfach in einem Regler ist und ich keine zusätzlichen Luminanzmasken oder so aufziehen muss, damit ich wirklich nur die Mitteltöne erwische. Das finde ich also zum Beispiel sehr, sehr schön. Ich kann jetzt hier auch den Weiß- und den Schwarzpunkt zum Beispiel noch setzen. Ich kann hier weiter runter noch in die Farbpalette gehen, da kann ich Farbkontrast einstellen. Ich kann auch Farbtreue einstellen. Also da kann ich nochmal so ein bisschen, ja, wenn ich jetzt so einen leichten Farbstich zum Beispiel habe, könnte ich auch das nochmal hier korrigieren, Farbtöne korrigieren zum Beispiel. Also da habe ich super viel, was ich einstellen kann. Und ich würde jetzt einfach mal hier in der Palette Farbe, den Farbkontrast mal rausnehmen, aber tatsächlich Farbton Himmel. Und da schauen wir einfach mal, was passiert. Da ist jetzt hier Königsblau eingestellt und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich jetzt hier die Intensität mal nach oben drehe, ob dann wirklich viel von dem Himmel, ja, hier noch verstärkt wird, ja, und das ganze Blau in diesem Bild wird dann entsprechend verstärkt. Ja, ist mir jetzt ein bisschen zu viel, nehme ich wieder ein bisschen raus. Aber je doller man diese Regler natürlich dreht, umso ersichtlicher ist, was diese Regler eigentlich auch machen. Und genauso könnte ich jetzt auch die Farbtönung hier mal korrigieren. Wenn ich jetzt hier auch mal anwählen, dann sieht man, dass hier so ein bisschen dieser Blaustich, der vorher drin war, rauskommt. Aber den werde ich auch mal wieder ein bisschen nach unten setzen, diesen Effekt, weil der mir auch viel zu stark ist. So, auf 25 gefällt er mir ganz gut. Und genauso könnte ich jetzt hier auch noch die Farbtreue mit reinbringen. Die drehe ich mal noch ein bisschen weiter nach oben. So auf 20 ungefähr. Und dann sieht das doch richtig gut aus. So, und jetzt habe ich hier das Bild soweit erstmal bearbeitet, mit Reglern, die ich aus anderen Bildbearbeitungsprogrammen so erstmal, zumindest vom Namen her, nicht kenne. Was jetzt ganz unten hier ist, und das ist jetzt das Spannende, und dieser Ansatz, der gefällt mir so sehr. Hier gibt es jetzt ein Tool, das nennt sich Finalisierungstools. Das werde ich jetzt hier erstmal anschalten, und dann werde ich es aufmachen. Und jetzt wirst du feststellen, was da drin ist. Nämlich das, was man in Lightroom zum Beispiel eigentlich immer als erstes macht. Belichtung, Kontrast, Lichter, Schatten, Weißtöne, Schwarz, Töne, Sättigung, die Farbtemperatur. All das macht man ja, wenn man in Lightroom zum Beispiel arbeitet, immer zuerst. Und Elia Locardi hat mir erzählt, naja, er ist eigentlich eher so, dass er das Bild erstmal komplett ausbalancieren möchte. Und diese Regler sollen dann nicht bis an die absoluten Limits gedreht werden, also zum Beispiel Schatten dreht man ja schon immer sehr weit auf, die Lichter dreht man sehr weit runter, sondern mit diesen Reglern sollen am Ende kleine Anpassungsschritte noch gemacht werden, um das Bild zu finalisieren. Also ich könnte jetzt zum Beispiel reingehen und sagen, naja, so ein kleines bisschen möchte ich die Lichter noch runterdrehen. Ja, aber eben nicht so viel. Und dann drehe ich die hier noch ein kleines bisschen runter, oder ich möchte noch ein bisschen mehr Kontrast drin haben, aber eben nicht so viel. Dann gibt es hier noch Kontrast mit Plus 8. So, und dann kommt hier noch ein bisschen Kontrast mit dazu. Oder ich möchte die Farbtemperatur noch ein bisschen anpassen, vielleicht ein kleines bisschen ins Wärmere noch gehen. so auf ungefähr Plus 5. Und dann hat man hier das ganze Bild ein bisschen noch erwärmt. Also wirklich Finalisierung, nicht das Ganze ins Unermessliche treiben. Und diesen Ansatz, den finde ich sehr, sehr spannend. Und ich bin sehr gespannt, ob ich das erstens in Zukunft selber nutzen werde. Und zweitens, ob sich das auch vielleicht in der allgemeinen Bildbearbeitung in der Community durchsetzt. Dass man das eben mal andersrum macht. Das Schöne ist jetzt, man kann das Ganze hier als Voreinstellung speichern. Ich kann daraus selber ein Preset machen. Ich kann vor allem auch mit LUTs und so weiter arbeiten. Ich kann auch hier noch Verlaufsfilter einstellen natürlich. Und so weiter und so fort. Aber wichtig ist an dieser Stelle auch nochmal, und das hat mir Laia Locardi auch nochmal gesagt, Radiant Photo ist jetzt nicht unbedingt ein Programm, was Lightroom ersetzen soll, sondern eher daneben steht. Und ich könnte jetzt auch hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt hier in Radiant ein Foto schön bearbeitet mit dieser AI-Engine, die dahinter steht. Und das ganze Bild ist jetzt ausbalanciert. Ich möchte meine finalisierenden Schritte aber eher in Lightroom machen. Dann mache ich das gar nicht hier unbedingt in dem Tool, sondern sage jetzt einfach, ich speichere das Ganze. Wenn ich jetzt hier mal auf Speichern klicke, dann bekommt man hier auch das Menü. Und hier kann man zum Beispiel das Ganze jetzt auch als Datei als 16-Bit-TIV zum Beispiel speichern, als JPEG auch. Aber ich würde es halt immer als 16-Bit-TIV speichern. Also da hat man dann wirklich alle Informationen drin. Und das Schöne ist auch, man kann den Farbraum in der Ausgabe einstellen. Zum Beispiel wie Original, sRGB oder auch mit Profoto oder Adobe RGB. Also da kann man wirklich dann auch mit den ganzen Farbräumen, die man hat, dann entsprechend arbeiten. Und ich muss jetzt hier auch noch mal ganz kurz darauf hinweisen, ich kann die vorhandene Datei quasi ersetzen. Ich kann beide behalten, je nachdem, wie man es umbenennt. Also da ist immer ganz wichtig dann zu gucken, dass man natürlich seine eigentliche Ausgangsdatei vielleicht nicht überschreibt, sondern eine neue Datei erstellt. Soviel erstmal dazu. Und ich werde jetzt mal noch eine zweite Datei reinziehen. Einfach nur, damit wir mal noch ein zweites Beispiel haben. Das ist jetzt auch wieder eine RAW-Datei, die wir hier haben. Und ich bin mal sehr gespannt darauf, wie Radiant das Ganze diesmal handhabt. Auch wieder ein Bild aus Dubai. Diesmal der Bosch-Kaliber aus einer anderen Perspektive fotografiert, von einem Hochhausdach. Und wir haben das reingezogen und es ist sofort wieder bearbeitet worden. Und ich zeige dir jetzt mal das vorher. So sah es vorher aus. Oh, relativ flau. Und das ist das, was Radiant automatisch angepasst hat da drauf. Und ich finde, wie gesagt, eigentlich reicht mir das schon vollkommen aus. Natürlich kann ich jetzt noch ein paar Details bearbeiten und die auch nochmal in Lightroom reingehen. Aber grundsätzlich muss ich wirklich sagen, alleine das, was Radiant hier automatisch mit diesem Bild macht, ohne dass hier irgendwas ausbrennt oder irgendwas absäuft, finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und ja, gerade dann, wenn man eine große Anzahl an Bildern hat, die man vielleicht einfach erst mal so ein bisschen ausbalancieren möchte, bevor man sie bearbeitet, ist Radiant natürlich eine super Sache. Also ich würde hier an diesem Bild gar nicht mehr so viel machen. Ich würde das jetzt einfach direkt wieder speichern und dann vielleicht in Lightroom noch etwas weiter bearbeiten. Soviel also zu Radiant Foto. Ich bin mal auf deine Meinung gespannt. Du kannst die mal gerne unten in die Kommentare posten. Und natürlich muss ich auch noch was zum Preis sagen. Diese Software kann man für aktuell 139 Euro einmalig erwerben. Man bekommt wohl auch pro Jahr wesentliche Updates so. Und es wird dann vielleicht irgendwann nach ein paar Jahren eine neue Software geben, immer mal wieder. Also so war jetzt der Stand der Dinge, was gesagt wurde. Und man kann auch zusätzlich noch extra Content kaufen. Also zum Beispiel könnte man jetzt Smart Presets oder allgemein Presets noch zusätzlich kaufen. Aber all das bleibt natürlich dir selbst überlassen. Ansonsten, ich bin, wie ich schon gesagt habe, von der Software relativ begeistert. Ich werde diese jetzt auch selber weiter testen und einfach mal gucken, was man da so rausholen kann. Und wenn ihr Bock darauf habt, dass ich weitere Videos dazu mache, dann schreibt es auch einfach mal unten in die Kommentare rein und gebt dem Video vor allem einen Daumen nach oben. Ich bin wirklich gespannt darauf, ob diese Software sich durchsetzen kann und vor allem, ob die Überlegung, die dahinter steckt, dass man quasi den Bearbeitungsprozess so ein bisschen umdreht, ob der auch am Ende sich durchsetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut auf jeden Fall auch bei meinem Online-Store vorbei und abonniert mich natürlich auch bei Instagram und bei Vero. Würde mich sehr freuen. und auch bei meinem Podcast kannst du reinschauen, denn auch dort gibt es jede Woche neue Folgen. Zum Beispiel war Kai Hornung jetzt bei mir im Podcast, Bastian Werner war im Podcast und viele, viele mehr. Also da auf jeden Fall mal reinhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.